Prinzessin, weißt du, wie man einen fliegenden Dinosaurier nennt? Hm, nein. Aber du bist doch so alt. Erinnerst du dich nicht mehr an das Mesozoicum-Zeitalter? Und es gibt Gerüchte, dass diese Dinos auch etwas hatten, das man Sonnenhinter nannte. Also müsste es dich doch auch da schon gegeben haben. Oh, jetzt erinnere ich mich. Wir hatten damals keine Bücher. Genau wie du ab sofort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017